Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Sinussatz. Das ist etwas Neues. Sinus, Cosinus, Tangens kennt ihr schon. Aber wie ihr vielleicht schon gesehen habt, das gilt ja nur im rechtwinkligen Dreieck. Und das hier ist kein rechtwinkliges Dreieck. Wie man da jetzt aber trotzdem mit dem Sinus arbeiten kann, das werde ich euch jetzt zeigen. Als allererstes müssen wir dieses Dreieck natürlich so zerlegen, dass ein rechter Winkel entsteht. Und das mache ich, indem ich die Höhe hc einzeichne. Jetzt haben wir hier unten einen rechten Winkel. Zwar zwei Dreiecke, aber dafür eben auch einen rechten Winkel. Jetzt kann ich zum Beispiel den Sinus von α aufstellen. Sinus von α ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Also wir haben hier den rechten Winkel, deswegen ist b die Hypotenuse. Und beim Sinus brauchen wir die Gegenkathete, das ist in dem Fall die Höhe hc. Diese Ankathete, die wäre gar nicht genau zu benennen, weil es ist ja nur ein Teil von c. Aber den können wir benennen, nämlich hc durch b. Und jetzt im nächsten Schritt werden wir das einfach nach hc auflösen. Ihr werdet gleich merken, warum, weil diese Höhe hc, die will ich eigentlich nicht haben. Das werden wir jetzt nach und nach versuchen wegzubekommen. Also muss ich auf beiden Seiten mal b rechnen. hc ist also Sinus α mal b. Ich bringe dieses b hier unten aus dem Nenner raus, indem ich es mit mal b auf die andere Seite bringe. Und damit steht hc ist gleich dran. Nun habe ich aber hier nicht nur das Dreieck, sondern auch das Dreieck. Also kann ich auch den Sinus von β aufstellen. Der ist in dem Fall wieder Gegenkathete durch Hypotenuse hc durch a. Auch hier lösen wir nach hc auf, nämlich Sinus β mal a. Wir nehmen aus dem Nenner des a raus, indem wir auf beiden Seiten mal a rechnen. Und was ihr jetzt seht, sind zwei Gleichungen, die beide mit hc beginnen. Und das könnt ihr von linearen Gleichungssystemen noch kennen. Wenn auf der einen Seite beides mal das gleiche steht, dann kann ich das Gleichsetzungsverfahren anwenden. Das heißt, das hier und das hier ist gleich, also muss das hier und das hier auch gleich sein. 1 gleich 2, also Gleichsetzungsverfahren. Sinus α mal b ist gleich Sinus β mal a. Das war der Grund, weswegen wir das so umgeformt haben. Jetzt fällt nämlich dieses hc raus und tatsächlich haben wir eine Formel mit den vier Größen. Das ist schon der Unterschied. Das könnte jetzt schon der Sinussatz sein, wir werden ihn aber gleich noch umformen. Aber beim Sinussatz brauchen wir vier Größen im Vergleich zu Sinus, Cosinus und Tangens, wo nur drei Größen benötigt wurden. Wir formen das jetzt um, damit man es sich leichter merken kann. Wir teilen einmal durch a und wir teilen durch b. Ihr werdet gleich merken, warum das sehr geschickt ist. Dann steht nämlich dran, Sinus α durch a und Sinus β durch b. Dieses geteilt durch habe ich durch einen Bruchstrich ersetzt. Warum kann man sich so leichter merken? Jetzt steht α und a beieinander und β und b. Und das lässt sich leichter merken, als dass man hier α und b, β und a sich merken muss. Jetzt mache ich das Ganze mit dem Dreieck aber auch noch so, dass ich die Höhe h a teile. Also, dass ich quasi das Dreieck in zwei andere Dreiecke unterteile. Darf ich ja genauso. Auch hier entstehen rechte Winkel. Das werde ich jetzt etwas schneller machen. Das Sinus von γ ist die Höhe h a, also Gegenkathete durch die Seite b, durch die Hypotenuse. Wir machen genau das gleiche wie hier oben, nur eben mit der Höhe h a oder mit einer anderen Unterteilung. Auch hier kann ich nach h a auflösen. Mache ich jetzt im nächsten Schritt. Erstmal nehme ich auch den Sinus von β h a durch die Seite c, die hier die Hypotenuse ist. Ich löse es wieder auf. h a ist Sinusγ mal b und h a ist Sinusβ mal c. Gleicher Schritt auch hier. h a ist gleich, h a ist gleich, deswegen sind Sinusγ mal b und Sinusβ mal c identisch. Gleichsetzungsverfahren. Und da mache ich jetzt natürlich auch den nächsten Schritt. Ich teile durch b und ich teile durch c, weil so lässt sich das besser schreiben. Sinusγ durch c ist gleich Sinusβ durch b. Und siehe da, die Sinusβ durch b, das kennen wir hier schon. Das ist aber genauso groß wie Sinusγ durch c, das heißt, das gilt jeweils. Also gilt nicht nur Sinusα durch a und Sinusβ durch b, sondern es gilt auch Sinusγ durch c. Würde ich das jetzt in die dritte Höhe zerlegen, also die dritte Höhe, die hb verwenden, dann würde herauskommen, Sinusγ durch c ist Sinusα durch a. Das mache ich jetzt nicht mehr, das könnt ihr euch denken. Deswegen reicht es uns nämlich aus, diese Formel uns hier zu merken. Also Sinusα durch a ist Sinusβ durch b und Sinusγ durch c. Es ist auch nicht zwingend notwendig, dass es in diesem Verhältnis steht. Ich hätte an der Stelle ja auch geteilt durch Sinusα und geteilt durch Sinusβ rechnen können. Dann wäre dran gestanden, a durch Sinusα ist b durch Sinusβ und c durch Sinusγ. Also wenn ich an der Stelle einfach nur anders ungeformt hätte, dann hätte auch das gegolten. Beides gehört zum Sinussatz, beides ist gültig. Das ist besonders gut zu verwenden, wenn wir einen Winkel suchen, also die gesuchte Größe ein Winkel ist. Und das ist besonders gut zu verwenden, wenn die gesuchte Größe eine Seite ist. Immer das, was oben steht, das lässt sich dann leichter ausrechnen. Deswegen kann man das verwenden, wie man will. Aber natürlich darf ich nicht wild mischen. Ich kann nicht das und das gleichsetzen. Das wäre falsch. Ich darf mich nur hier bedienen. Schauen wir uns das konkret an diesem Beispiel an. Wir haben Alpha gegeben, wir haben Gamma gegeben und wir haben die Seite A gegeben. Die suchte Seite ist die Seite C hier unten. Deswegen werde ich aus diesem Formelschatz etwas nehmen. Also C durch Sinusγ oder ich fange in dem Fall an A durch Sinusα. Diese beiden Größen kenne ich ja schon, deswegen verwende ich sie ja auch. Ich habe drei Größen und eine vierte suche ich. B und Sinusβ sind für mich hier uninteressant, weil da ja nichts gegeben ist. Und ich setze die Seite nach oben, weil es dann leichter aufzulösen ist. Und dann brauche ich noch die zweite Gleichung, C durch Sinusγ. Und jetzt seht ihr schon, jetzt kann ich auf beiden Seiten mal Sinusγ rechnen und habe C ausgerechnet. Das wäre komplizierter, wenn das in dieser Form gestanden wäre. Also, das war der Sinussatz. Den können wir jetzt auch verwenden, wenn wir ein nicht rechtwinkliges Dreieck haben. Drauf kommen tun wir, indem wir einfach dieses Dreieck in zwei Dreiecke, die rechtwinklig sind, zerlegen und dann Umformungen anstellen. Ihr müsst euch nicht merken, wie Umformungen gelten tut. A durch Sinus Alpha ist gleich B durch Sinus Beta ist gleich C durch Sinus Gamma. Das ist die Formel, die wir brauchen. Aber natürlich immer nicht alle, sondern immer nur die, die wir passend dazu verwenden wollen. Jetzt wünsche ich euch noch viel Erfolg und viel Spaß in der nächsten Mathematikstunde. Tschüss! Tschüss! Tschüss!